Hey, Birdie, komm zurück hier! Geh, eskate! W-what? G- AP? G- AP? Geh, G- AP? G- It's dangerous here. G- Hurry, we'll be at the Mystic Ruins base soon. G- You're really nice, you're different from the other robots. Du hast einen schweren Platz in deinem Metal-Framen. Wenn du willst, können wir Freunde sein, okay? Okay. Amys Geschichte scheint... Amys scheint generell so eine kürzige Story zu haben. What? Achso, ich muss drauf... 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 Achso... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was? Ich kann nicht glauben, dass das passiert! Du hast den Warrior Feather, was? Sieh, den Warrior Feather! Jetzt kannst du den Spinnhammer-Attack machen! Press und hold das Aktion-Button und move das Direktional-Pad in einem Zirkel! Direktional-Pad hab ich nicht! Ah, okay, was? Warum sollte ich sowas wollen? Geh durch das Hot-Shelter und find den Weg raus! Good luck! Ich verstehe nicht so recht, wo ich hin soll! Was? Ah, okay! Geh durch das Handwerk und drehe die Schlüssel auf der Seite, um die Tür zu öffnen. Geh durch das Handwerk und drehe die Schlüssel auf der Seite, um die Tür zu öffnen. Geh durch das Handwerk und drehe die Schlüssel auf der Seite, um die Tür zu öffnen. Ich hasse sowas, weil die Tastatur richtig laute Geräusche macht. Das kann ich leider auch nichts ändern vom Mikrofon her oder so. Also für solche Spiele sollte ich mir dann auch wirklich mal einen Controller zulegen. Was bringt dieses Power-Up? Offenbar macht es mich nicht schneller. What? Kannst du vielleicht nicht... Was ist die denn als der Leibling fiel auf den Handwerk? Wo bist du? Was, wenn ich den reibleren? Was geht? Was ist dran? Frau, Ruh. Na, war. Ich habe nicht das Gefühl, dass das nötig war, aber okay. Ich habe das Gefühl, ich muss mehr machen. Das alleine reicht irgendwie nicht. Wobei ich kann es ja mal versuchen, was passiert wäre, jetzt in die andere Richtung drehe. Wenn ich hier wieder rauskomme. Da. Hier geht es raus. Nice. This must be the emergency drainage switch. Puh. 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 So normalerweise können eigentlich alle Charaktere im Sonic-Universum zumindest mit Sonic mithalten. Aber Amy ist irgendwie in diesem Spiel ziemlich lahm. Ernsthaft? Einfach nur andere Richtung? Puh. 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 Was? Das hier hilft leider auch nicht. Ah, ich kann ihn einfach schlagen. Ich kann doch einfach schlagen. Das ist doch auch nur hilfreich. Wenn das der kurz betäubt. Oh Gott, das. Oh Gott. Komm, hast du Mutlinke für ein Leben? Ich habe keine Ahnung, was diese Power-Ups machen, aber okay. Ich glaube, das eine ist Unverwundbarkeit gewesen. Ich glaube, das war's nicht. Ich glaube, das ist zu kommen. Okay, und jetzt? Ah, okay. Oh, was? Ah! Kann ich das Ding hochheben? Ich kann das nicht... Okay, was? Kann ich doch gar nicht hochheben. Ach doch, jetzt schon. Ach komm. What? Oh, cool. Oh, cool. Oh. Oh. Geht bitte, fahren wir viel einfacher. Oh Gott, was, das gleiche nochmal, aber während der mich jagt, finde ich nicht gut. Kann er vielleicht die Dinger nicht, das Ding ich, wegziehen? Wieso bist du plötzlich dagegen immun? Ich darf den, ich kann den nicht mehr schlagen. Finde ich nicht gut. Das ist einer. Wieso kann, wieso wirft Mädchen? Ah, okay, das andere ist da oben. Nochmal. Diesmal steuere ich einfach gar nicht gegen. Fuck. Nice. Go Mädchen, go. Yay. Huh? What's this place? Haben diese roten Dinger ich irgendeinen Namen? Weil ich wüsste nicht, dass die einen haben. Das müssen wir wahrscheinlich wieder T-Car finden. Danke. Danke.